Die österreichischen Meisterschaften im Telemarken wurden im Rahmen eines FIS-Sprintrennen auf der Fahrgallen in Forster ausgetragen. Beim Telemarken sind nur die Schuhspitzen mit der Bindung am Skifix verbunden. Beim Telemarken bist du einfach von der Position her immer in einer Mittelposition, was von dem her jetzt auch für den Alpinsport recht wichtig ist, weil man einfach am Ski die Mittelposition hat und das einfach in der Telemarken-Position. Und entspannt ist es einfach, weil es nicht so stressig runtergeht wie bei einem Alpinskifahren und alles immer eine gemütlichere Familie ist. Und eigentlich eine coole Geschichte ist es einfach. Der Sport kommt ursprünglich aus Norwegen und wird von vielen alpinen RennläuferInnen als Trainingsmöglichkeit genutzt. Einige Besonderheiten gibt es aber schon beim Telemarken. Ja, also der Hauptteil liegt, wir haben einen Sprung drinnen und einen 360er, eine Steilkurve. Das ist zwar so die größte Herausforderung, wo wir einfach schauen, dass die Langläufer in Speed runterbremsen, damit sie nachher ins Ziel eines skaten. Insgesamt 14 Nationen, darunter die Besten der aktuellen Weltcup-Wertung, waren am Start und zeigten beeindruckende Leistungen. Neuer österreichischer Meister wurde Maximilian Walcher. Für den 18-Jährigen vom WSV Pichl-Reiteralm ist es der erste Titel. Ja, im ersten habe ich ein paar Probleme gehabt beim Sprung. Ich bin zu weit gesprungen, nachher habe ich das nächste Tag nicht gescheit erwischt. Aber ich habe nachher schon mit sechs Sekunden Vorsprung bin ich im zweiten gestartet. Im zweiten habe ich nachher die Linie nicht geschafft, aber da ist mir nachher süß gut gegangen. Also ich bin sehr zufrieden, wie man hier fährt. Salzburger Landesskiverband Bezirksvertreter für den Pongau, Mike Elmer, selbst begeisterter Telemarker, war von den Leistungen begeistert. Ich glaube, da braucht man sich nur das Rennen heute anschauen, wie lässig das ist. Es ist auch zum Zuschauen. Und wenn man sieht, was die da aber leisten, die ganzen Athleten, die da am Start sind, das ist ja eine richtig lässige Sache. Und ich sehe das so, beim Skifahren sollte man ja Spaß haben. Und ich sehe das Telemarken als Alternative oder als zusätzliches Training auch für die Alpinskifahrer. Und mich würde das voll gefreut, wenn man im Pongau oder das Telemarken auch bei den ganzen Trainingssachen ein bisschen einbauen würde und macht, weil das richtig erstens mir einen Spaß macht und für die Skitechnik sehr viel bringt. Österreichische Juniorenmeisterin wurde Emilia Herzgesell vom USC Altenmarkt Sauchensee. Sie kommt, wie viele Telemarker, vom Alpinen Skirennsport. Ich finde es eigentlich einen recht coolen Sport und auch cool für das Skifahrerische, für die Mittellag und ja, gefällt mir. Von Sonnenschein bis hin zu starkem Schneefall war für die StarterInnen alles dabei. Trotzdem gelang es dem Skiclub Forster, eine perfekte Rennstrecke in den technisch anspruchsvollen Hang zu zaubern. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Bergbahnen von Rettem und Vogelheim und ganz besonders an den Skiclub Forster. Die haben eine wahnsinnige Arbeit geleistet. Die waren zu einer Stelle, die haben mir den Wunsch von den Lippen abgelesen. Echt danke. Vielen Dank.